Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das hat was zu bedeuten. Arroganen Engel? Ne, das auch nicht. Ah ok, aber... Doch, doch auch schon. Doch auch schon. Ja, das ist auch so. Aber verpiss dich doch drauf. So, so. Dann mach ich das nicht. Und so. Ähm. Ey, du hieß das. Oder wie nennt man das? Ja. Ja, das ist mein Schetto. Ja, ja, ja. Sag mal so, wenn ich um Freude spreche, dann finde ich das eher so lustig, so... irgendwie, keine Ahnung, da finde ich es jetzt nicht so schlimm, weil es da noch schon, und daraus gar nicht abdacken ist. Wenn ich mich die klar machen würde, dann ist das Rackfallflug, ne? Ich finde es nicht so schlimm. Ja. Nein, ich stehe immer das bei, kann man nicht erwachsen. Nein. Zwischendurch hatte ich ja noch mal, wie in der Zehnführer, nee, jetzt darf ich mich gar nicht verflügt. Aber, ganz ehrlich, das...